Dynamisch und energiesparend. Wir präsentieren Ihnen heute unsere bewährte Pick-and-Carry-Maschine 735E mit dem neuen elektrischen Fahrantrieb. Mein Name ist Felix Ulig und ich freue mich Ihnen diese Innovation für den modernen Holzumschlag aus dem Hause Sennebogen zu erklären. Hybride Technologien liegen im Trend. Der Green Efficiency Drive ist unsere neu entwickelte Antriebstechnologie, die mit einem Mix aus einem Diesel- und Elektroantrieb ein hybrides System darstellt. Wir setzen die Technik dort ein, wo sie unseren Kunden und Anwendern den größten Mehrwert bringt. Wie der elektrische Fahrantrieb funktioniert und warum sich diese Investition lohnt, das möchten wir uns jetzt genauer ansehen. Und damit herzlich willkommen zur Vorstellung unseres Green Efficiency Drives. Der GED setzt dort an, wo der größte Anteil des Energiebedarfs entsteht, nämlich beim Fahren. Gerade im Holzumschlag haben die Maschinen einen hohen Fahranteil und daher bietet sich hier das größte Einsparungspotenzial. Lassen Sie uns gemeinsam den Antriebsstrang für das Fahren genauer betrachten. Beim Fahren treibt der Dieselmotor einen Generator an, der den notwendigen Strom für die Elektromotore erzeugt. Beim Verzögern wiederum wirken die elektrischen Fahrmotore generatorisch. Das bedeutet, der Dieselmotor wird über den Generator entlastet und mit der damit entstandenen Energie können die Nebenverbraucher versorgt werden. Die rekuperierte Energie kann sogar kurzfristig gespeichert werden und die Antriebsleistung z.B. für die Arbeitshydraulik erhöht werden. Und ein weiterer Vorteil, durch die Verwendung moderner Komponenten im elektrischen System werden die Wärmeverluste reduziert. Dadurch kann Motorleistung für die Systemkühlung eingespart werden. Aber welche Vorteile bringt der elektrische Fahrantrieb für unsere Kunden und Anwender mit sich? Das lassen wir uns jetzt von unserem Produktexperten Matthias Übelacker erklären. Hallo Matthias. Hallo Felix, grüß ich. Matthias, klär uns bitte auf. Der größte Vorteil des 735E mit elektrischem Fahrantrieb liegt in der Betriebskostenersparnis. Durch die umgesetzte Hybridtechnologie können bis zu 30% Energiekosten eingespart werden. Und das wohlgemerkt bei gleicher bzw. besserer Fahr- und Umschlagsleistung. Als Beispiel bei einer Ersparnis von 6 Litern pro Stunde. Und ein Preis von 1,80 Euro pro Liter Diesel kann mit einer Einsparung in Höhe von rund 200.000 Euro über eine Laufzeit von 18.000 Betriebsstunden rechnen. Die kleinere Diesel-Motorgrüße von 6,7 Liter bringt nicht nur einen geringeren Verbrauch, sondern spart auch Emissionen, die wiederum den eigenen Betrieb und vor allem auch die Umweltschonen. Und auch der Fahrer kommt beim 735 GED nicht zu kurz. Das Fahrverhalten ist gerade beim Anfahren und Beschleunigen besonders dynamisch. Und trotzdem läuft die Maschine angenehm ruhig und vor allem extrem leise, da der typische Klang vom hydraulischen Fahrantrieb wegfällt. Wie sieht es aus mit dem Thema Sicherheit und Hochwolltechnik? Muss ich als Anwender irgendetwas Bestimmtes beachten? Als Anwender gibt es eigentlich nur einen Grundsatz. Hände weg von allen orangefarbenen Komponenten. Damit sind alle Komponenten der Hochwolltechnik gekennzeichnet. Die Maschine ist insgesamt eigensicher ausgelegt und sollte einmal ein Fehler im Hochwollsystem auftreten, so wird dieses automatisch entladen und in einen sicheren Zustand gebracht. Auch am Display sieht der Fahrer zu jeder Zeit durch ein orangenes Symbol, ob das System gerade geladen ist. Alle Anwender werden zusätzlich durch unser speziell geschultes Personal und unsere Servicepartner eingewiesen. Vielen Dank für die interessanten Informationen, Matthias. Sehr gern, Felix. Lassen Sie sich von unserer Hybrid-Technologie, dem Green Efficiency Drive, überzeugen. Das beeindruckende Einsparungspotenzial wird Sie begeistern. Unsere 180 Vertriebspartner weltweit beraten Sie gerne und beantworten Ihre Fragen rund um das Thema elektrischer Fahrantrieb für Ihren Einsatz im anspruchsvollen Holzumschlag. Let's move big things.